Yay, es gibt nochmal eine Folge für dich zum Reflektieren und vielleicht auch für mich. Also einfach ein bisschen reflektieren, was will ich, wie will ich was, was möchte ich erreichen und so weiter. Aber hört es euch einfach an. My Trip mit Sule immer entlang der südwestlichen Europaküste. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei meiner neuen Folge. Es ist so schön, wenn man eine Entscheidung getroffen hat und wenn man dann auch noch darin bestärkt wird, dass es so klappt und das einfach alles läuft. Also ich werde den ganzen Monat einfach noch hierbleiben, mein Leben hier genießen und mal gucken, was einfach so alles passieren wird. Mir fällt gerade auf, es ist auch einfach schon die 99. Folge von meinem Podcast. Es ist der Hammer, es ist der unglaubliche Hammer, wie schnell einfach die Zeit vergeht und das merke ich auch und aber auch andere, dass einfach im Moment die Zeit total rennt. Und ich habe das Gefühl, Menschen oder wir wollen auch einfach was erleben jetzt nach dieser ganzen Lockdown-Zeit. Wobei ich jetzt sage langsam, okay, ich möchte jetzt mal im Jetzt bleiben. Ich möchte nicht davonrennen oder irgendwas erledigen müssen, sondern möchte einfach nur darauf hören, okay, was brauche ich gerade. Weil gerade als kreativer Mensch ist es doch so, man kann nicht immer funktionieren und kreativ sein. Man muss diese Kunstpausen machen, man muss diese Pausen machen, in der man sich regeneriert und wo man dann erstmal wieder neue Kraft und Ideen schöpfen kann. Und genau das kommt jetzt. Jetzt kommt die Zeit, in der ich sage, okay, hier komme ich zur Ruhe. Hier versuche ich neue Ideen zu entwickeln, neue Konzepte zu erarbeiten und einfach mal in mich zu horchen. Okay, wie geht es weiter? Wie möchte ich das weiter? Weil ich habe ja schon mal eine Folge gemacht, auch wo ich dann halt verschiedene Fragen gefragt habe, die du dir vielleicht auch beantwortet hast. Das weiß ich natürlich nicht. Das wäre natürlich auch nochmal interessant, wenn du sagst, okay, ich beantworte mir meine Fragen jetzt einfach nochmal und gucke einfach mal, wie hat sich das verändert? Inwiefern, ja, habe ich mich verändert? Haben sich meine Ziele verändert? Und inwiefern bin ich denen vielleicht schon ein bisschen näher gekommen? Weil das habe ich auch in der Ausbildung gelernt. Das ist ja so ein Teil vom Dienstleistungsmanagement und Marketing. So ist es auch ein Teil des Controllings. Das heißt, wenn man ein Ziel verfolgt, dann ist es so, man arbeitet darauf hin und man kann ganz weit darauf hinarbeiten. Aber wenn man irgendwie sich so ein bisschen davon entfernt oder zum Beispiel, man kann es vergleichen, wenn man mit einem Flugzeug fliegt. Und wenn er jetzt, was weiß ich, sich beim Start nur um ein paar Grad vertut, ist er nach ein paar hundert Kilometern schon wo ganz, ganz anders und viel weiter weg, als er eigentlich sein wollte. Und von daher ist das Controlling halt super wichtig, dass man immer mal wieder so stichpunktartmäßig sich selber kontrolliert. Okay, was möchte ich erreichen? Wie weit bin ich gekommen? Was muss ich nochmal verändern? Oder muss ich ein paar Aufgaben oder ein paar Ziele nochmal vereinfachen oder verschweren? Brauche ich irgendwo bei Hilfe? Und deswegen könntet ihr jetzt mal gucken oder kannst du jetzt mal gucken, inwiefern hat sich was bei dir getan? Bist du deinem Ziel schon ein bisschen näher gekommen, wo du vor einem Monat ungefähr dann warst? Hast du überlegt, okay, wie kann ich mein Ziel erreichen? Oder hast du komplett aufgegeben? Oder hast du es vielleicht schon erreicht? Dann sage ich nur, ey, herzlichen Glückwunsch, mega cool. Und ansonsten kannst du dir ja nochmal die Fragen stellen. Also die erste Frage war ja, wer bist du? Hast du darauf eine Antwort oder hast du dich vielleicht auch verändert? Möchtest du jemand anders sein und hast dann gesagt, okay, hey, wer möchte ich eigentlich sein? Oder wer bin ich eigentlich? Will ich so sein? Hast du da was dran verändert oder einfach das so stehen gelassen? Kannst du dir mal überlegen. Ich finde das nämlich selber immer super spannend. Und weißt du auch noch, was dich glücklich macht? Oder hast du in letzter Zeit auch so ein paar Sachen extra gemacht, die dich glücklich machen? Weil ich merke das immer, was mich, ich weiß ja, was mich glücklich macht. Zum Beispiel halt in die Natur gehen, in die Ruhe gehen, an den Strand gehen, schwimmen gehen. Das macht mich einfach glücklich. Da kann ich komplett abschalten. Und deswegen, ich habe auch so eine To-Do-Liste mal geschrieben. Und dann hake ich immer ab, wochentlich, monatlich, täglich. Ja, okay, die täglich-Liste, die führe ich eigentlich schon gar nicht mehr. Das war nur so eine Überlegung. Aber dann steht da halt drauf, was ich alles mal machen möchte. Und dann stehen halt auch so ein paar Sachen drauf, die mich einfach nur glücklich machen. Irgendwie von oben irgendwo runter gucken und andere Sachen. Und ja, einfach das in den normalen Alltag, in die To-Do-Liste mit einführen. Weil, wenn du glücklich bist, kannst du andere glücklich machen. Und das ist halt auch eigentlich immer eine ziemlich schöne Sache, finde ich auf jeden Fall. Und die viel interessantere Sache war ja, also ich glaube, ich habe damals Traum gesagt. Ob du einen Traum hast oder so. Jetzt habe ich ja Ziel gesagt vorhin. Das heißt die Frage, ob du deinem Traum ein bisschen näher gekommen bist. Ob du deinem Ziel ein bisschen näher gekommen bist. Und jetzt überlege ich mal, was kannst du noch machen oder was kannst du jetzt noch verändern, um deinem eigenen Ziel ein bisschen näher zu kommen. Ist es irgendwas Sportliches, dass du sagst, boah, ich möchte unbedingt den Handstand länger halten. Ist es irgendetwas Mentales, dass du sagst, boah, ich will einfach viel, viel mutiger sein. Und auch mal andere Menschen offen ansprechen, die ich nicht kenne. Und dann sind das so ganz kleine Sachen, die kann man ja machen. Und immer ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen. Einfach mal als kleiner Gedankenansatz für dich, dass du vielleicht nochmal dich mit dir selber auseinandersetzt. Weil ich dachte mir so, nach der 49. Folge habe ich das ja, also mit der 49. habe ich das gemacht. Und jetzt mache ich das nochmal mit der 99. Weil ich halt auch gerade so gemerkt habe, okay, was brauche ich eigentlich? Ich brauche einfach jetzt gerade diese Ruhe. Zu mir kommen, kreativ sein, trainieren, für mich sein und das Leben so hier erstmal genießen und strukturieren für mich. Und genau das werde ich jetzt auch machen. Und ich hoffe, du findest auch deinen Weg, glücklich und zufrieden die Zeit zu genießen. Das wünsche ich dir von Herzen und wünsche dir auch erstmal einen wunderschönen Tag. Liebe Grüße, deine Gina. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.